Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 7. März 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1172. Heute mit den folgenden Themen. Wir beginnen mit Twitter, Disney+, Calibre, Ikea, Acapulco und Mediapad Paper. Das erste ist, wieso steht jetzt Twitter nicht am Anfang? Hier haben wir dieses Twitter-Dings. Genau, Twitter soll anscheinend an einem sogenannten Podcast-Tab arbeiten. Was ist das genau? Das soll was, was links kommt und unten kommt, sein und was mit Podcasts zu tun haben. Mehr weiss man aktuell noch nicht. Ich denke mal nicht unbedingt, dass es eine Integration sein wird wie bei Facebook. Die haben damals mit Spotify oder tun sie ja immer noch, aber in Spotify-Kooperation eingegangen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was hier Twitter macht. Ich hoffe, sie bleiben sich treu und machen nicht so etwas Verkrümmtes. Ja, mal schauen, was daraus passiert und wie lange das vor allem bleiben wird. Das ist die andere Frage. Disney+, könnte bald schon günstiger kommen. Aktuell hat man mit 130 Millionen Abonnenten einen Plateau erreicht, bei dem es aktuell zumindest nicht gerade weiter nach oben geht. Es fehlen neue und überzeugende und ballernde Filme sowie auch Serien, die Nutzer von anderen Plattformen vielleicht überzeugen könnten, auf Disney+. zu wechseln. Was möchte man sonst machen? Zuerst in Amerika logischerweise einen Test und zwar Disney+, das Abo, finanziert durch Werbung und weitere Einschränkungen. Welche weiteren Einschränkungen das sind, weiss man noch nicht. Man weiss auch noch nicht, inwiefern das dann eben Werbung eingeblendet wird und das sich zeigen wird. Wir werden sehen, das Ganze wird irgendwann in diesem Jahr noch starten. Wir dürfen gespannt sein, ob es dann wirklich für die ganze Welt kommt, sprich ob es Stand gehalten hat. Wer viel mit E-Books zu tun hat und die auf ein Device bringen möchte, auf ein Externes, der kann die E-Books am Computer verwalten. Sortiert nach Autoren, Sprachen, Serien, Formaten, Publisher etc. Und dafür gibt es eine ziemlich nicht unbedingt die hübscheste, aber sehr praktische App. Calibre nennt sich die. Die ist in der Version 5,38 rausgekommen. Was kann die neu? Die hat vor allem die Möglichkeit, euch Lesegeschwindigkeiten anzuzeigen bei geschätzter Leseerfahrung, die man bis jetzt mitgenommen hat. Ein verbesserten Dunkelmodus und so weiter und so fort. Wenn es interessiert, ladet euch die aktuellste Version runter, wenn ihr sie nicht schon habt. Der IKEA Symphonisk Bilderrahmen-Lautsprecher, den habe ich euch mal im Blog und YouTube-Channel vorgestellt, der hat neue Aufzüge bekommen. Am Anfang kam er nur in zwei verschiedenen, dann kam mal irgendwas dazu. Jetzt kommen neue und zwar, was war es? Löwe, Notenschlüssel, Meer, Manhattan und eine Musikkassette. Wie immer alles Geschmack. Ich glaube, ich belasse es bei dem, was ich aktuell auf meinem Teil da drüben habe. Ist, glaube ich, gut so. Acapulco, ja, ich bekenne mich nicht schuldig, aber ich bekenne mich offiziell öffentlich als Zuschauer von, ach, wie heissen diese schunkeligen, schnulzigen Comedy-Geschichten aus Mexiko. Acapulco ist eine Serie, die es auf der Apple TV gibt. Die erste Staffel ist komplett online und schon seit dem Weilchen kann angeschaut werden. Ich habe es durchgesuchtet, ich habe es geliebt und ich freue mich schon auf ein Neues. Und jetzt wurde nämlich bestätigt, das Ganze geht in eine zweite Staffel. Apple hat es freigegeben, das muss jetzt leider noch gedreht, geschnitten, verarbeitet und dann erst aufgelegt werden. Ich glaube, ich darf noch ein Weilchen darauf warten, bis ich dann meine nächsten Episoden schauen kann. Sehr, sehr traurig ich bin. Huawei MatePad, Paper, das ist der neue E-Book-Reader, welcher Huawei in der letzten Woche während der MWC vorgestellt hat. Was ist das? Ein E-Book-Reader, wie man ihn kennt von diversen Herstellern. Das Spezielle daran ist, er hat Stiftunterstützung und ist somit ein bisschen ein Gegenstück zum Remarkable. Remarkable hieß es, genau. Gibt es mittlerweile in einer zweiten Version. Deutlich günstiger soll das Teil von Huawei werden und noch mehr Funktionen mitbieten. Zum einen die Integration anderer Apps und Dienste über die App-Gallery und natürlich die Verknüpfung mit anderen Huawei-Geräten, wo man dann ohne Kabel einfach mit ein bisschen Wusch das ganze Zeug hin und her schieben kann. Seien es Notizen vom Gerät rüber auf den Computer oder auf das Smartphone oder dann Bücher in die andere Richtung oder alles durcheinander. Das ist damit möglich. Ich bin sehr gespannt, preislich sehr interessant, vor allem da auch der Stift in der zweiten Generation mit dabei sein wird und eben halt ein einfacher und guter E-Book-Reader. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass der bald auch zu uns ins Lande kommt. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich bin sehr, sehr müde und, Entschuldigung, freue mich jetzt ins Bett zu gehen, nee, aufzustehen. In diesem Sinne, euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Wir hören uns bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.